Hallo und meine lieben Sammler! Jetzt zeige ich euch meine neue Puppe, Burkling, mit Namen Burkling. Sie ist ungefähr 1,12 Meter groß, hat einen Vollkörper und elf Gelenke. So, sie kann sitzen und sie kann stehen und wie ihr sehen könnt, auch tanzen. Weil sie hat so ein süßes Outfit an, so wie die kleinen Mädchen heute sind, mit einem pinkfarbenen Röckchen, dunkelgrauen Shirt und hier Perlen, Leggings und silberfarbenen Schuhen. Und dieses Gesichtchen, sie ist so süß, mit großen braunen Augen und braunen Haaren. Auch ist sie, man kann sie auch mit blonden Haaren bekommen und dann hat sie braun-grüne Augen. Sie kommt nach Haus zu euch mit einem Rollständer, so sie steht dann ganz sicher. Viel Spaß mit meiner hübschen Burkling. Tschüss!